Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Das Thema heute, wie finden die Betrüger eigentlich neue Mitarbeiter? Wo kommen die Mitarbeiter denn her? Und die Frage ist tatsächlich ganz einfach, leider zu beantworten. Die meisten Mitarbeiter werden wohl von ganz normalen Inseraten aus dem Internet kommen, zum Beispiel von Ebay-Kleinanzeigen. Dort kann man einfach Inserate reinstellen und Arbeit anbieten. Das gleiche gibt es auch auf Facebook. Hier habe ich euch dazu einen kleinen Screenshot reingetan. Man braucht bei Facebook im Grunde genommen eigentlich nur das Wort Callcenter in die Suchleiste eingeben und dann auf den Reiter Gruppen gehen. Das heißt, man lässt sich einfach nur Gruppen anzeigen. Und in Gruppen kann man auf Facebook zum Beispiel auch Inserate schreiben oder eben Beiträge. Und die Beiträge, die habe ich euch hier mal kurz und knapp ein kleines bisschen zusammengefasst. Telefonnummern und QR-Codes sowie Firmennamen habe ich euch hier möglichst ein bisschen rausretuschiert. Ich habe euch, wie gesagt, hier ja mehrere Beispiele reingeschrieben. Man sieht alleine schon an der Aufmachung, dass das nicht seriös sein kann. Denn welches Unternehmen bietet zum Beispiel WhatsApp als Kontaktmöglichkeit an, um seine Bewerbung hinzuschicken? E-Mail mag ja noch okay sein. Aber WhatsApp zum Kontakt? Unter anderem wird auch Skype als Kontakt bei manchen Firmen angeboten. Und die Beispiele, die ich euch hier gezeigt habe, zeigt schon, wie schlecht das Ganze eigentlich auch ist. Callcenter-Agenten gesucht. Wir suchen ab sofort wieder neue Strom- und Gasprofis. Natürlich. Ganz bestimmt suchen sie Strom- und Gasprofis. Die suchen nichts anderes als Leute, die andere Leute verarschen sollen. Tja, und hier steht sogar schon. Vollzeit 800 Euro plus Provision. Das ist in Deutschland so gar nicht erlaubt. Tja, das bedeutet, dieser Job ist definitiv auch nicht in Deutschland. Teilzeit 450 Euro plus Provision. Tja, so auch nicht erlaubt. Tja, für Teilzeit bekommt man in Deutschland auch nicht nur 450 Euro. Und vor allem sind das alles Preise, die Vorsteuer hier genannt werden. Bedeutet, viel Geld verdient man damit nicht. Es kommt auf die Provision an. Das heißt und bedeutet, jeden Abschluss, den die machen, der bringt Provision. Und umso mehr Abschlüsse die ganzen Betrüger da am Telefon machen, umso mehr können sie sich ihr Gehalt letztendlich aufpolieren und verbessern. Und das ist natürlich auch definitiv ein Indiz dafür, dass hier nicht sauber gearbeitet werden kann. Und dann sieht man hier noch so Sachen wie aus dem Homeoffice, ganz bequem von zu Hause. Tja, das ist schon schwierig. Natürlich ist es einfach, von zu Hause einen Callcenter zu betreiben oder einzelne Mitarbeiter von zu Hause aus abzurufen. Da braucht man natürlich nicht mal Miete bezahlen für irgendein großes Callcenter. Und so verstreut man das Ganze auch noch. Und dann kann der Betrug tatsächlich auch aus Deutschland losgehen. Ja, dann würden wir wahrscheinlich, wenn solche Anzeigen jetzt hier Früchte tragen, demnächst definitiv auch wieder mehr Betrüger hören, die keine laute Musik im Hintergrund haben. Aber dann hat man hier auch so Beispiele wie Kundenservice inbound. Tja, das ist eigentlich gemeint. Inbound bedeutet, dass die Mitarbeiter angerufen werden. Das kann man aber natürlich auch so auslegen, dass der Mitarbeiter anruft, wenn sich ein Kunde registriert hat. Das könnte man auch noch so halbwegs als inbound gelten lassen, wenn man dann nichts verkauft. Aber dann steht schon wieder da, hohe Prämie, hoher Stundenlohn, hohes Netto-Festgehalt. Alles Blödsinn. Tja, und dann sind die Callcenter irgendwo in der Türkei. Unseriöser könnten diese ganzen Flyer hier gar nicht aufgemacht sein. Aber so ist es halt. Und es steht auch grundsätzlich, steht schon da, dass sie teilweise auch ausländischsprachige Mitarbeiter suchen oder eben Leute, die nur Deutsch sprechen können, aber eben der türkischen Sprache zum Beispiel mächtig sind, um sich mit den Arbeitgebern zu verständigen. Zum Beispiel deutsches Callcenter. Tja, neues, einzigartiges Projekt. Kein Abo, kein Lotto, kein Strom und Gas, keine Versicherungen. Tja, damit ist zum Beispiel dann vielleicht gemeint, die schöne Abzockmasche mit dem Tradingbetrug. Agenten gesucht. In Antalya zum Beispiel, Istanbul, Ankara und die ganzen anderen Großstädte. Und dann habt ihr da eine WhatsApp-Nummer, wo ihr euch melden könnt oder eine E-Mail-Adresse. Das war es dann auch schon. Mehr Informationen bekommt ihr über dieses Unternehmen nicht, wo ihr euch da bewerben sollt, angeblich auf Facebook in der Gruppe. Ich finde es schon einfach krass, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, wie die Firmen heißen. Muss man alles nicht mehr haben. Und dann gibt es auch so ganz einfache, plumpe Werbeanzeigen, wie Lust auf einen neuen Job? Komm ins Team. Ja, das war es schon. Das war es schon. Da steht nichts mehr dazu. Ruf an oder schreib uns auf WhatsApp. Mehr Informationen bekommt ihr über diese Firma gar nicht, wenn ihr euch da bewerbt. Ich meine, euch ist das allen klar. Aber grundsätzlich will ich wirklich nochmal ganz eindeutig darauf hinweisen, geht auf solche Anzeigen nicht ein. Ein seriöser Anbieter, der bietet sein Portfolio bei ganz normalen Berufsplattformen an. Natürlich könnte das sein, dass ein Betrüger auch auf so einer Berufsplattform irgendwo zu finden ist, wie bei der Agentur für Arbeit oder was es da so alles gibt. Es gibt ja auch noch Unabhängige vom Staat. Tja, aber es ist auf jeden Fall für die schwieriger, dort irgendwo eine Anzeige zu schalten als auf Ebay oder was es da sonst so für Kleinanzeigenportale gibt. Da gibt es ja auch ganz viele andere noch. Ja, und eben auch Facebook. Und grundsätzlich sollte man auf sowas gar nicht erst reagieren. Das Problem ist halt, die suchen auch dumme Mitarbeiter. Leute, die auf sowas reinfallen. Ich meine, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dann wollt ihr den Firmennamen wissen. Und nicht einfach nur irgendwo, dass da was dahin geschrieben ist. Hier Telefonjob und Geld und das war's. Das spielt gar nicht, das spielt überhaupt keine Rolle in den Anzeigen, wie die Firma heißt, wo die Firma sitzt, was die Firma genau macht. Hier werden einfach nur Eckdaten genannt, die auf Dummfang wieder ansprechen sollen. Also vom Prinzip her ist es bei der Mitarbeitersuche genau die gleiche Masche wie bei der Opfersuche. Die Mitarbeiter fallen auf sowas drauf hinein. Es kann sogar sein, dass Mitarbeiter da auch gar kein Geld erhalten für ihre Leistungen. Man arbeitet dann monatlang am Telefon, gerade im Homeoffice, wenn man noch nie bei so einem Unternehmen in der Firma war. Man macht das Ganze alles von zu Hause, telefoniert den ganzen Tag zu Hause. Das könnt ihr mit eurem normalen Telefon tun. Da kann man einfach eine Weiterleitung ab bestimmten Uhrzeiten auf euer Festnetztelefon schalten und schon funktioniert das Ganze. Muss man zwar den Hörer in der Hand halten, wenn man kein Callcenter-Telefon mit Headset oder sowas zu Hause hat, aber das funktioniert sogar, wenn ihr, keine Ahnung, ein ganz normales Smartphone liegen habt, könnten die euch eine App geben. Installiert einfach die App da drauf und schon klingelt das Telefon, wenn es soweit ist. Und dann kann man sogar mit ganz normalen Kopfhörern, also mit AirPods oder mit diesen Kabelgedöns, was man so kennt, kann man ganz einfach darüber telefonieren. Also heutzutage ein Callcenter ans Laufen zu bringen, ist überhaupt nicht mehr schwierig. Das schafft man in fünf Minuten aufzuziehen. Man muss nur ein ganz kleines bisschen Ahnung haben, wie das Ganze funktionieren soll. Und das funktioniert, wie gesagt, selbst über euer Handy. Und ein Laptop und ein PC haben die meisten auch zu Hause. Und theoretisch reicht dafür auch ein ganz normales Tablet. Also die Betrüger könnten auch zu Hause sitzen mit einem iPhone und einem iPad und schon kann es losgehen. Oder von Samsung die Geschichte, halt ein Smartphone und ein ganz normales Tablet, kann man sich einfach hinsetzen und dann direkt loslegen mit dem Callcenter-Betrug. Man muss nur auf die Anrufe warten. Und naja, die Opfer tragen sich ja selbst ein. Und schon, wenn Daten gesammelt sind, kriegt man einfach den Anruf rein, wenn man der Nächste ist. Und so funktioniert das, ja. Und Provisionsbasis. Auf Provisionsbasis sollte man sowieso nicht arbeiten. Denn, tja, wenn man merkt, dass man da in einem Inbound arbeitet und gleichzeitig aber Provision angeboten wird, dann hat das schon nichts mehr mit Inbound zu tun. Inbound bedeutet halt so viel wie, der Kunde ruft euch an. Tja, woran will man denn da Provision kriegen? Stellt sich jetzt die Frage, dann kann es ja nur noch mit irgendeinem Verkauf zu tun haben. Ja, und das wird halt in diesen tollen Werbeanzeigen, die überall auf Facebook geschaltet sind, das steht da alles nicht drin. Und vor allem, was auch besonders auffällt, die Masse. Also es gibt wirklich auf Facebook tausende, zehntausende, wenn nicht sogar Millionen Beiträge. Die Gruppen heißen sogar teilweise schon Callcenter-Projekt und Homeoffice-Projekt. Einfach ganz plump. Oder türkisches Callcenter sucht deutschsprachige Agenten. Da fällt doch schon auf, dass da irgendwas komisch ist. Warum sollte ein türkisch sprechendes Callcenter in Deutschland nach Mitarbeitern suchen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das spricht einfach nur dafür, dass die in Deutschland die Deutsch-Türken ansprechen möchten, damit man eben auf türkisch sich mit seinem Chef unterhalten kann und auf deutsch die Kunden abzocken kann. Und so kann es natürlich dann auch vorkommen, dass die Leute, die uns bescheißen, sogar vielleicht in der Wohnung nebenan sitzen. Sollte man mal drüber nachdenken. Technisch ist das heutzutage auf jeden Fall kein Hit mehr. Im Übrigen kam die Idee zu diesem Infovideo hier heute, auch wenn es mal ein bisschen anders und freier gesprochen war. Die Idee kam aus den Kommentaren. Und ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich mal ganz gut, euch auch mal zu erzählen, wie kommen die Mitarbeiter überhaupt an diese Jobs? Und wie kommt es überhaupt zustande, dass man da arbeitet? Und wo kriegen die so viele neue Mitarbeiter her? Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand auf solche Jobangebote von euch oder eurem Umfeld darauf reinfällt. Achtet da auf jeden Fall drauf, informiert alle darüber, wenn man so noch komischen Anzeigen liest, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht koscher dran ist. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden auf diese gemeinen Maschen eben auch reinfallen. Eins ist klar, wir können natürlich nie alle schützen und es wird immer jemanden geben, der hinten runterfällt. Und auch klar ist, dass wir nicht immer alle verstehen werden, wie man auf sowas hereinfällt. Ich meine, wobei die Masche mit dem, tja, Geld verdienen ist natürlich, tja, das ist, weiß ich nicht, ob das reinfallen ist. Man macht halt bei dem Betrug mit. Es gibt halt jede Menge Opfer. Nicht immer, also auch die Betrüger könnten Opfer sein. Also ich will keinen Schutz nehmen, auf gar keinen Fall. Wer so einen Job macht, muss wissen, dass irgendwas daran falsch ist. Schon allein, wie man sich da bewirbt. Aber nicht jeder ist auf dem gleichen Wissensstand. So ist es nun mal. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eines der letzten Videos oder schau dir gleich die komplette Playlist an, um dir die Zeit bis morgen zum nächsten Video zu vertreiben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.